... von rein Ironman gebrenneten langen Distanzen. Da ist er auf dem Weg zum Finish 222. Und er ist einer von drei Athleten weltweit, die bei jedem Rennen, das jemals von Ironman gegründet wurde, am Start war. Mindestens einmal. Und so hat er natürlich auch dieses Jahr noch viel zu tun. Er ist bei jeder Erstausgabe dabei. ... von langen Distanzen. Ich rede tatsächlich von rein Ironman gebrenneten langen Distanzen. Da ist er auf dem Weg zum Finish 222. Und er ist einer von drei Athleten weltweit, die bei jedem Rennen, das jemals von Ironman gegründet wurde, am Start war. Mindestens einmal. Und so hat er natürlich auch dieses Jahr noch viel zu tun. Und so hat er auch das jemals von Ironman gegründet wurde. Aber auch das jemals von Ironman gegründet wurde, am Start war. Und so hat er die Zum Abschluss halt dann noch ein paar Turnschuhe. Und da sind bei vielen dann auch die alten Tennisschuhe, die dann ausreichen, um am Triathlon mit dabei zu sein. Hier ist ganz anderes Material bei den meisten schon mit dabei. Hallo, dann Steven Chey. Ja, und wenn man dann hier rumlässt, geht so ein kleines Windchen, jetzt kommt die Sonne wieder raus. So, und die Chanin, die lenkt sich schon einen. Genießt jeden Meter auf dem Weg ins Ziel. Ja, und die Vielen Dank. Vielen Dank.